Ich war mal ein bisschen random Vollgeist spielen und hab mal dann in den Shop geguckt, um zu schauen, hat sich was geändert zufälligerweise. Und es hat sich wirklich was geändert. Wir haben jetzt hier 2.50 Uhr in der Früh. Das bleibt gleich, das bleibt gleich, das bleibt gleich, das bleibt gleich, aber hier sind zwei neue Echtgeldpakete in den Shop gekommen. Und hier steht 38 Tage. Geht mal davon aus, dass die Season ungefähr in 38, 40 Tagen enden wird. Plus, minus, muss man immer rechnen. Und das sind wirklich nice Pakete. 20 Euro, 2000 Showbugs, drei Kostüme. Das ist so oder so das beste Bundle. Und übrigens, das Bundle ist auch noch drin. Ich glaube, ich werde mir beide Bundles hier kaufen noch. Für 6 Euro, hab dann 1, 2 Kudos und kann mir was cooles, chilliges kaufen und bekomme 2 coole Kostüme. Schauen wir uns das Ganze mal an. Mit der Krone finde ich das cool. Finde ich cool, aber die Krone ist für mich ein bisschen zu groß. Das hier ist das Unterteil, ja, ist einigermaßen okay. Den finde ich echt am besten. Oh mein Gott, da oben schildt sogar wer. Da oben schildt ein kleiner Vollgeist. Jo, wie geil. Hab ich gar nicht gesehen. Der ist cool. Das ist, glaube ich, kein Fernseher. Das ist eine Kamera, oder? Fernseher, Kamera? Keine Ahnung. Finde ich nice. Passender Unterteil dazu, ja, ist einigermaßen ganz okay. Der ist lustig irgendwie. Der hat was. Der Skin, der hat was. Passendes Unterteil, ja, einigermaßen okay. Hier können wir uns nochmal die Skins im Ganzen anschauen. Ich finde den hier irgendwie am besten. Den am zweiten und den am drittbesten. Aber das Bundle haut mich irgendwie am meisten um. Das hier für 4 Euro. Der Oberkopf ist so nice, das obere Teil. Also der Pferdekopf ist ultra nice. Unterteil, ja, passt natürlich zum Skin, aber ist okay. Das Beste sind auch hier die Showbugs. Finde ich richtig nice. Zwei neue Pakete, finde ich cool. Ansonsten gibt es hier keine weiteren Erinnerungen. Vergesst nicht, mein CC zu benutzen. Kurz raus und das war es dann auch hier schon mit der kurzen Info. Vergesst nicht, mein CC zu benutzen.